So, hallo, da sind wir wieder. Es hat jetzt auch tatsächlich drei Tage gedauert, bis wir wieder hingekriegt haben, dass wir alle drei online sind und zocken. Ja, Caro und Chris kommen gleich. Das ist total anstrengend, jetzt gerade online zu kommen. Nein, ich muss ein, zwei Sachen vom vorigen Let's Play bzw. von den ersten 15 Minuten muss ich schon revidieren. Ich habe mir das Ganze mal angeguckt. Das heißt natürlich, unsere Homepage-Adresse heißt natürlich nicht myndimensions.com, so ein Quatsch. Das heißt myndimensions.de, wie auch eigentlich richtig in der Beschreibung immer mit angegeben. Und das in der Spawnhütte, das ist natürlich kein Endstein oder Endgestein, das ist Badrock. Meine Fresse. Ja, das war das erste Let's Play, tut mir leid. Oh Gott. Man lernt dazu. Ja, ach, dann bist du ja endlich. Achso, ich sollte online kommen. Ja, und das von jemandem deine Karotte in der Hand hast. Ach, da ist dein Nächster auch. So, wann ist es los? Sonst heißt es jetzt wieder, ich labere zu viel und du würdest umschalten, wenn du das gucken würdest. Ab geht die Lucy. Ja, du sagtest nur, du wolltest noch was sagen und dann dachte ich, ich soll noch nicht online kommen. Ja, toll, Alter, jetzt hat es mich voll verpfiffen, ehrlich. Was bist du für eine Schwester ohne Scheiß, Alter. Okay, wir wollen normal anfangen. Nein. Nein, Alter, mich kann man nicht cutten. Das geht einfach nicht. Das ist nur für eine Schwester. Ich habe mit meiner Mutter, unserer Mutter, natürlich, habe ich gerade erst festgestellt, dass ich gar nicht so nett bin, wie man denken möchte. Ganz böse. Du brauchst da Mama, um das zu sagen. Das hätte ich dir auch sagen können. So. Warte mal, was wollen wir jetzt erstmal hier machen? Ich wollte auch gerade fragen. Also ich setze jetzt hier nochmal einen Baum hin. Ich bin voll cool jetzt. Und so voll der Öko. Wir wollten ja ursprünglich jetzt, glaube ich, so Erbs sammeln und so, damit wir uns eine Rüstung basteln können, ne? Ja, ich denke mal schon. Dann müssen wir nochmal in die Höhle, glaube ich. Ja, ab geht's. So. Ich würde gerne ein, zwei Sachen sagen. Und zwar aus dem ersten Video. Da war die Framerate nicht so prickelnd. Ich habe mittlerweile auch herausgefunden, warum. Und zwar habe ich komplett das Video direkt auf den NRS gestreamt, um den ganzen Kram da zu speichern, weil die Festplatte größer ist. Ja, das war ein bisschen scheiße. Bei selbst einer Tausenderleitung kommt er da nicht hinterher. Also hatte ich eine arschige Framerate von nicht mal 15. Jetzt mache ich das direkt auf die lokale Festplatte in meinem Rechner. Das heißt, ich habe eine anständige Framerate von 30. Das fände ich very nice. Und wir wollen mal gucken, ne? Ach so gut. Nur gucken, nicht anfassen. Ja. Hat irgendwer Fackeln mitgenommen? Ich habe eine. Äh. Also nur mal so, bevor wir jetzt weiter in die Mine gehen, dass jeder auch ein bisschen was dabei hat. Jetzt haben wir ja ein Problem. Klar habe ich was dabei, aber die eine Fackel, die ich hatte, die habe ich jetzt ein bisschen was hingehängt. Sehr nice. Ja, wenn du das sagst. Naja. Ähm, das heißt, wir machen jetzt nichts anderes und suchen erst mal nach Erzen, oder wie? Nee, ich hätte mir gerne Rüstung gebaut, bevor ich zum ersten Vulkan aufbreche. Naja, ich meine, ob ich jetzt auch hier Holz abhacken und so ein Kram... Oh mein Gott, dann nimm doch Holz mit, ey. Rüstung wird überbewertet. Ja, dann kannst du dich ja mit den Gatszahnen legen und mit der Lava. Kein Ding. Ich weiß nicht, dass du da kein Problem mit hast. Ich mach die Lava kaputt! Äh, ja... Das erinnert mich an... Das erinnert mich an dieses Bild, was ich gesehen habe bei Facebook, ähm, wo er mit einem Feuerzeug da steht und sagt, stirb Schnee! Und der das Feuerzeug... Das Feuerzeug da in den Schnee hält. Das ist auch irgendwie geil. Oh mein Gott. Stürb Lava hat ja irgendwie denselben... Aspekt. Na, das war ja wohl nix hier. Voll abgeschmiert. Ist das kaputt? Hä? Nö. Aber ich bin irgendwie grad abgestört. Äh, okay. Du bist sonst gesund? Bitte? Du bist sonst gesund? Äh, nein. Ich hab schrecklich... Ich hab grad irgendwie so'n Hustenreiz, aber wenn ich jetzt huste, dann... Ja, dann mach das Mikro aus. Ja, genau. Ey, ich hab gesagt, ich will nix schneiden. Ich bin so'ne scheißfaule Sau. Haha, verheunig. Das war die Richtige. Wir arbeiten hier rum, ich muss noch husten. Haha, ich komm gleich da rüber. Ding, ding, ding. Bitte? Was? Dim, chim. Äh, jetzt mal ohne Witz. Hat jetzt irgendeiner ein paar beschissene Fackeln da bei oder was ist? Ich hab nur 10. Ich hab gar keine. Ich hab jetzt eine, weil ich hab die grad von der Wand geschlagen. Und ich mag Züge. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ich hab auch grad überlegt, sagst du was? Ja, besser nicht, ne? Nee, irgendwer anders ist schon. Ach du Scheiße, hab ich mich verjagt, Alter. Alter, sack du! Scheißgrüner Pissvogel. Ich hab mich erschrocken, Alter, wo kam der denn her? Grüner? Ja, der war grün, das war ein Zombie. Ach so, ich dachte, du meinst Chris. Mhm. Chris hat einen grünen. Nein. Ich doch nicht. Computer sagt nein. Der hat einen grünen Sack, ist ja wieder gesagt. Das hat er gesagt. Und vor allem, warum weißt du das? Ich? Ja, du bist seine Schwester. Ich hab grad gesagt, der hat einen grünen. Ach so. Ich hab nichts von einem Sack gesagt. Ich hab gesagt, der scheiß grüner Sack. Hast du das nicht mehr mitbekommen? Alter, jetzt diskutieren wir eine halbe Stunde um einen Zombie rum. Das geht ja gar nicht. Hihi. Der hat sich überhaupt nicht angekündigt. Sonst heulen die dir schon eine halbe Stunde vorher. Die Ohren voll. Und jetzt steht er neben mir und rotst mir ins Ohr. Er ist bestimmt ein Sporner. Geil, er geht an mir vorbei, um zu dir zu gehen. Voll geil. Ja klar, der ist geil auf mich. Schmuggeln. Weißt du gar nicht, was ist denn ein Zombie? Männlich oder weiblich? Der Zombie. Aber... Hm, ich glaub das... Ist ja auch der Computer. Aber ich glaube kaum, dass... Ja, deshalb funktioniert er auch immer nicht. Dass ein männliches Gerät so viele Fehlfunktionen haben kann. Hahaha. Ach, verdammt. Das geht mein Computer auch immer nicht. Ja, das liegt aber am Benutzer und nicht am Gerät. Das liegt am Matike. Mein Gott. Das ist ja auch viel Holz, ey. Das sind ja lustig, ey. Hätten wir gar kein Dschungelbio umsuchen müssen, sondern einfach nur eine Mine. Und das, glaub ich, wäre schneller gegangen. Ja. Aber... Würde ich dir durchaus bestimmen... Ohne Jungle gibt's auch kein Herz. Eisenherz. Entschuldigung, Entschuldigung, Eisenherz. Das meine ich ja hier. Ist ja nicht zu fassen, ey. Natürlich, Alter. Mit was man sich ja abgeben muss. Ach... Guckst du, ja? Ey, ich kenn so'n lustigen Befehl. So, der heißt Kick. Kick, ey. Ich kenn ihn. Nein, kenn ihn nicht. Und der Glatz. Wer schiebt hier? Ey, du Schiel-Auge, du hässiges. Mach'n Absuch. Tschüss. Nein! Du Sack! Hä? Hier ist der Tiefgrund-Achse hier. Ich bin unverwüstlich. Wo ist der Nächste? Pfff, tot. Ähm, wie mach'n man das denn? Einer stirbt, dann spielen wir weiter? Oder ist das hier so einer auf, äh, wer tot ist, ist tot? Oder? Wat? Wer tot ist, ist tot? Ja. Psychologisch, wa? Ach Quatsch, das gibt's ja gar nicht. Doch, doch. Ich hab schon welche gesehen, die haben das so gespielt. Ja, ist entscheidend. Daher... Ja... Warte mal, die haben Dings gespielt, glaub' ich. Ich weiß noch. Aufgrund der Tatsache, dass wir mit Chris spielen, dann wäre das Spiel ja nach einer Stunde vorbei. Mach' dich nur lustig, du Mimose. Wow! Okay, jetzt wär's fast soweit gewesen, ey. Siehste, hab' ich doch gesagt. Ey, ich hab'n Sporder gefunden. Haha, ey. Bist du ein echter Gangster, ne? Wo bist du denn? Ja, sicher bin ich ein echter Gangster. Wuppel, wo bist du? Alter, am Arsch der Welt. Leute, ich hoffe, ihr könnt' überhaupt noch was sehen, äh, am Bildschirm, weil ich laufe grad in der Dunkelheit. durch die Gegend. Ich auch. Willst du dich gar nicht? Ja, das ist ein bisschen Scheiße jetzt grad. Caro, wo bist du? Chris, wo bist du? Haben wir noch Fackeln? Ich hab' gerade meine letzte versetzt. Okay, ich hab... Die ist dann eben gerade über dir. Aber geh... Ich sag' mal... Ich sag' mal so, ich hab' weder Fackeln noch irgendwas anderes. Ich bin hier einfach mal so richtig schön... Creeper, Creeper. Creeper. Jaaa! Hey Kumpel, nimm' mich in den Arm. Wie denn? Der hat doch keine. Äh... Ich wollte zurück, weil ich wollte ein bisschen Kohle sammeln. Hier war doch irgendwo Kohle, oder nicht? Kohle. Ich hab' in der Kiste ne Kohle gefunden und ne Eisenspitzhacke war da mit drin. Boah, bist du cool, ey. Da war Metzine? Ich bin richtiger Gangster. Was? Wo bin ich denn hier jetzt? Hm? Wo bin ich denn hier? Ist der Krater? Musste hier langsam ein bisschen wieder... Ist der Schluck? Jaaach, das wär's mir so cool. Jetzt sag' dich, das ist dasselbe. Ist das selbe? Das selbe. Beides tief und gruselig. Und tschüss. Da fehlt mir noch was anderes rein. Hahaha. 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 Oh nein, ey. Das hab' ich getan. Das wollte ich nicht. Ja. Hey, wie komm' ich denn jetzt raus? Weiß die mir den Weg, Mann? Ich weiß nicht, wo... Was ist das Problem? Wo bist du denn hin? Ich bin da oben. Hm. Ja, hier lang, Smoppel. Ja, sag das. Oha, ey. Reingeschissen. Hast du nicht von dir gedacht, was du an dir wegen gesagt bist? Du bist zu dick geworden? Was macht das Huhn hier? Keine Ahnung, aber ich hab Hunger. Ey. Hahaha. Ihr legt ein Ei in den. Hast du ihn einfach noch? Also, ich müsste jetzt glatt mal nachgucken. Moment. Hahaha. Hahaha. Nein. Sieht relativ gesund aus. Was zum Enkel ist das hier? Soll ich mich verarschen, oder was? Was? Du bist ein Ei verloren, oder was? Gesund, aber unbenutzt, ne? Alter, wo kommen die Viecher her? Hahaha. Ich weiss nicht. Hahaha. Was hat er denn jetzt? Hat er ein Schwein gefunden? Reiche von mir. Arschlauch. Dann haben wir den Bauern noch fast verloren. Hahaha. Hier ist ja Kohle drin, ey. Ach, Mannu. Ey. Alter, wo bist du denn schon wieder? Ach, hier. Ey, der Creeper jetzt sowieso was besseres, ey. Der hat nicht mal irgendwie den dran, um hinterher zu laufen, ey. Kannst du auch Kohle haben. Äh, was soll ich damit? Mal klar nehm ich. Hahaha. Ey, ich weiß auf welcher Höhe bin ich eigentlich gerade. Das geht dich gar nichts an. Hahaha. Kann mir einer sagen, warum ich jetzt schon wieder eine Werkbank benutze, um mir beschissene Fackel zu machen? Ey, ich bin auf Höhe 13, Alter. Und es geht noch weiter tiefer. Freut dich doch. Ja, ey. Ey. Ey, wundere dich nicht. Es gibt Flatbedrock. Hast du den? Ey, Flatbedrock. Mhm. Da hast du ne Flatrate drauf. Nein, Mann. Hahaha. Der ist flach. Der ist eben flat, Mann. Ähm. Ich bin flat. Ähm. Ich bin flat. Ich bin flat. Ähm. Ja, grüßchen. Also ich bin auf Höhe 8 und trotzdem noch in der Mine. Ist das nicht geil oder was? Ey. Lauf nicht zu weit weg, Kleiner. Zu spät. Hahaha. Klar. So, warte, mach mir mal ne neue Axt. Die hat irgendwie ein bisschen zerrissen, sehe ich gerade. Tu das. Falsch, ey. Sag mal, was mach ich jetzt überhaupt für'n Scheiß? Ist das so richtig? Ich bist du einfach nervös, weil das jetzt die zweite, ähm, Aufnahme ist. Herr Patrick hat vererbt. Oder du bist gacker. Ich war schon nach der ersten nicht mehr nervös. Hätte ich auch behauptet. Aber ich glaube, ich stelle mich hier gerade ein bisschen blöd an. Ja, das kann natürlich auch sein. Oha, reinschiss, ey. Rat und ein bisschen? Du bist ja sehr dezent. Ja, was soll ich machen? Ich bin halt kein Mod im Moment. Ich muss aufpassen. Ich glaube, das Ganze, äh, wird jetzt gleich ein Single-Player-Let's-Play. Ähm. Weil du uns draus schmeißt. An alle am Bildschirm. Ihr könnt mir ja sagen, was euch dann besser gefallen hat. Mit den Kaspar Köppen oder ohne. Ähm. Ja, natürlich. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Kann mir mal einer sagen, wo ich hier bin? Oh, hier. Ich habe hier Diamanten gefunden. Kann einer sagen, warum in der Mine eine Blume steht? Kannst mir sagen, warum in der Höhle das Schaf spawnt? Oder wo wir das gerade herkommen? Äh. 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 Ich habe Angst. Das tut mir aber leid. Warte, ich geh schon. Oh, das hilft mir aber, ey. Ich habe zwei Diamanten bei mir. Zwei kostbare Diamanten. Und ich habe Schiss weiterzugehen. Ach, scheiß drauf. Ich bin der Kartenersteller. Ich habe die Macht. Ich bin der Bote. Und wenn ich fast am Sterben bin, dann setze ich mich eben in den Kreativmodus. Ey, ich habe erst gefunden. Nö, nö. Nicht irgendwie schummeln, ne? Alter. Was für schummeln, was sie tun jetzt von mir? Was toll schummeln, ey. Das ist Selbstschutz. Nein. Äh. Das ist Mogeln. Mit seinem Mogli. Ey, sei aber froh, das ist zu unserem Besten. Äh. Aber ich bin hier anscheinend noch im Dschungelbiom, denn ich habe hier gerade erst gefunden. Das finde ich sehr nice. Das ist sehr nice. Ich habe schon vor lange nichts mehr gefunden hier. Ich sehe nur Lapis Lazuli. Also, ich habe jetzt aber auch ordentlich dicke was gefunden hier. Ich finde hier gar nichts. Ich kenne mich am Arsch doch. Hättest du wohl gerne? Nein. Hast du gerade gesagt? Das war ein Selbstgespräch. Äh. Kommt sehr häufig vor, wa? Ja, leider. Ich habe jetzt aber auf meine Fresse wie viele Blöcke. Irgendwo und es klappt, aber ich kann es nicht sehen. Ich höre es. Ist doch nicht normal. Hier waren gerade so viele Zombies, ey. Hier muss irgendwo ein Spawner sein. Nix für Ungut, aber ich habe gerade gefunden. Den Hükel. 40 Eisenherz gefunden. Hä? 40? 40. Ich weiß nicht. Kranker Freak, ey. Ich wisch. Wo seid ihr denn? Ich höre jetzt aber auch gerade irgendwie ein Zombie. Hey, Zombie. Komm raus da. Du Potsdam. Mädels, wo seid ihr denn? Hey, ich habe ein verzaubertes Buch gefunden. Und? Oh mein Gott, ein Skelett. Dorn 2. Ja, Mann, das ist cool. Äh, ernsthaft? Ja klar, wenn der Zombie dir auf den Sack geht und, sei es mal, er schleicht sie von hinten an, will dir einen Arsch ran. Äh, dann... Wie? Ja, was er mit mir vorhin gemacht hat. Wie? Warte, da läuft einer. Der ist da. Dingens. Hicke. 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 Ich wollte den anderen, mein Scherz. Ey, komm mal runter hier. Die Kiste ist schon leer. Hicke. 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 Überleg mal, der kommt, schleicht sich von hinten an, will dir irgendwie ans Knie kacken. Und du merkst das überhaupt nicht, so wie ich gerade eben. Das ist doch perfekt. Oh, Creeper, Creeper, Creeper. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was dieses Dorn macht. Mann, ganz ehrlich. Das ist ja gerade erzählt, Mann. Dass der Schaden liegt. Über dir, hinter dir, auf dir. Ja, er ist gerade in mich reingefallen. Nee, ich hab nicht zu lange... Eigentlich war das nicht so, was es macht, sondern was geil ist. Du, was geil ist. Ähm. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Wir sind hier schließlich in einem Let's Play. Ja, es wäre sehr nice, wenn ihr das für euch bald mündet. Ah, Creeper, Creeper. Nein, das macht einfach. Dorn ist dafür da, ähm, wenn du irgendein Rüstungsteil eben damit abgedatet hast. Ähm, dass wenn dich dann jemand irgendwie von der Seite anmacht, sich anrempelt oder du ihn anrempelt, dass er dann auch Schaden bekommt. Ohne, dass du ihn quasi schaffst. Ah, okay. Auch für alle, die es noch nicht wussten und die nicht im Minecraft Wiki lesen können, weil sie... ...nicht lesen können. Boah! Diss, Diss, Alter. Was für Diss, Alter? Nee, was soll der? Nee, lauf nicht durch mich durch, Junge. Ein Zombie. Und der Glatzzum. Ach nee, jetzt kommt er. Benz. Na go. Komm her, komm her, du Pazzo. Ich hab deinen Bruder schon gekillt. Das weiß er vermutlich. Vielleicht war das gar nicht sein Bruder, vielleicht war das meine Mutter. Ah, richtig. Darum war der Zombie gerade auf mich fixiert. Der stand wahrscheinlich in der Umgebung, als ich den ersten auf die Schnauze gehauen hab. Äh, hier ist so viel. Und seit dem Update jetzt kommen die doch dann alle angeschissen. Ach so? Auf mich fixiert. Da ist nix, aber da fehlt die Decke. Wohl, bei uns geht's noch weiter. Na yippie, ich hab keine Fackeln mehr. Ich hab 15 Stück, aber das war's auch schon. Ach so, ich kann mir welche basteln. Ach nee, kann ich doch nicht. Ach doch, kann ich. Ach Leute, erinnert mich doch daran. Woran? Hier gibt's doch gar keine Kohle. Nee, hier gibt's doch keine Kohle. Ja, warum sagt... Ich hab gerade gesagt, ich lauf rum und suche Kohle. Warum sagt denn keiner, dass hier keine gibt? Also wenn die ganze zufällig unter nem Vulkanbiom lang gelaufen wärst... Ich hab kurz vorher Singleplayer gespielt und da gibt's das halt. Und das hab ich jetzt irgendwie... Ne? Vergessen. Ja. Mensch, warum wird die genau süß? Ja, aber du spielst ja auf ner richtig geilen Special-Karte von mir gebaut, ja? Ach, popp nicht. Was fühlst du, ey, das war Arbeit, ja? Aber richtig Arbeit. Ja, aber das... Fockt mich jetzt n bisschen. Ja, schrei nicht so. Das gilt es nicht. Ich schrei gar nicht. Das Mikro ist sowieso schon viel zu laut bei euch. Aua! Aua, aua, aua. Das halte ich für ein Gerücht. Ey, Mann, für euch hört man viel besser in dem Video als mich. Hallo. Dann hast du n Schaltmikro. Au! Das ist dasselbe, was du hast, du trocken willst. Dann musst du das vorher nochmal testen und dann muss ich mein Ding leiser machen. Wiss ich doch nicht. Du kannst ja nichts leiser machen. Ich kann das Mikro weiter weg machen. Ja, klar. Ich nicht. Ich bin auch flexibel. Ich bin doch eine Frau. Manchmal. Äh, ja, klar. Du bist manchmal eine Frau, ja. Manchmal habe ich das Gefühl, irgendwie nö. Äh, ok. Ähm, dafür gibt es aber auch Ärzte, das weißt du. Hahaha. Ja. Weiß nicht, ob das da für eine Art ist. Kannst du mir auch für meine Treppe kaputt machen? Was für so eine Treppe? Hahaha. Ich spring immer von den Dings, ähm, von den Säulen hin und her. Und es geht immer einen Block weiter nach oben, damit ich hier hochkomme. Und jetzt hast du die weggemacht. Na dann springst du wohl jetzt nicht mehr hin und her, wa? Ups, voll gemein. Hahaha. Voll gemein, als der will mich umbringen. Da wäre es, dass ich aus der Höhe runterfalle. Ja, normal. Ah, ich seh das nicht. Na, Scherz. Ähm. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich geh gleich erstmal wieder hoch, wenn ich den Ausgang wieder nochmal finde. Äh, mach mein Inventar erstmal leer. Und ich hab... Stell's dir aber auch immer ein bisschen an, ne? Naja, das war jetzt eigentlich nur Expedition, um Eisen, äh, zu finden, äh, und, ja, damit man sich eben eine Rüstung craften kann. Ähm. Meine Expedition ist jetzt erstmal beendet. Wäre ja besser, wenn sich einer eine Rüstung craftet. Und die anderen zuhause bleiben und waschen hätte ich bei der Kiste. Äh. Äh. Nein. Ah, komm her. Ich mach dich kaputt, Alter. Ja. Okay, das hatte ich neben die Rüstung und Chrissi und du können da waschen. Äh. Nee. Äh. Naja. Der will hier Wehen waschen? Äh. Alter, ey. Lass uns mal in die Rede, Junge. Mach die Ohren zu, Äh, Opa. Hey. Es tut weh. Was tut weh? Du hast den Block genau auf meinem Kopf gestellt. Auf deinen Kopf? Alter, ich schick in deinen Kopf in deinen Kopf. Äh. Ja, manch einer kennt Kaya ja, na? Ja, eine seiner ersten CDs, Hörspiel-CDs, hat er auch im Fernsehen irgendwann mal gesagt. Geh es nicht schneller hier. Alter, was willst du hier? Aua, Kopfschmerzen. Weißt du, vielleicht hast du mal den Block über meinem Kopf weggemacht? Nee. Konnte ich nicht, ich habe deinen Kopf grauen. Autsch. Ja. Konnte nicht, du wirst nicht. Ich habe keinen Bock mehr drüber zu springen. Ich wohne doch wohl, da kennen die Sandblöcke hier. Ja, sorry.